Und willkommen hier an einem neuen Tag, an einem schönen Tag bei MeinWor, dem Spielprinzip von MojangMaincrafter. So, ich spiele heute wieder mit Tony Mike. Wo bist du? Ich bin da. Da. Ah, da, da. Hallo. Ähm, ja, also das Spiel geht in 18 Sekunden los und wir können ja mal hier uns versuchen. Ach, gefehlt. So, 90... Ach, wir können ja voten. Wie macht man das? Ich hab's noch nie gewartet. Äh, vote. Äh, ich hoffe, wir kommen in ein Team. Warte, ich guck mal. Ähm, scheiße, wir sind nicht im gleichen Team. Doch. Nee, doch. Nee, wir sind nicht im gleichen Team. Hä, wo sind die immer Kisten? Hä, welches Team bist denn du? Äh, ich bin hier hell, 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 hellblau. Ich bin Lapis. Team Lapis. Na, ich weiß nicht, wie mein Team jetzt grad eben heißt. Ich hab grad eben nicht nachgeschaut. Ich brauch noch ein... ...pedantes Steinschwert. Ich hab ein Goldschwert gekriegt. Das haben alle. Warte mal, ich such dich mal. Ich sind eh... Wir müssen uns gegeneinander töten. Nee, wir können ja miteinander gehen. Können wir. Machen wir aber nicht. Okay. Und jetzt heißt es... ...töten, töten, töten. So, der erste ist schon mal tot. Ah, das bin ich. Ich spiele es jetzt auch zum ersten Mal erst wieder. Hä? Ich bin neu respawned? Oh, verdammt. Na gut, ich bin jetzt einmal gestorben. So, jetzt hab ich wieder... ...Punkte abgezogen bekommen. Hallo? Oha, das war doch blöd. Hä? Ich war in einem Gebäude drin und da hat er mich immer wieder zurückgestoßen. Ich darf mal nicht in den Gebäuden kämpfen. Na, was sind denn hier welche? Ja, mal gucken. Ach ja, danke für deinen Steinschwert. Verdammt, warum sterbe ich denn noch? Ich darf meine... Team Gold hat noch... Team Gold hat noch... ...pufften. So, Killed. Warum hab ich mein Steinschwert nicht genommen? Nein, ich bin tot. Wie viele Punkte hast du? Na, warte mal. Wo steht das? Na, die... ...die... ...expertenzahl. Äh, 130. Oh, verdammt, ich hab nur noch 90. Ich wurde zu oft gekillt. Ähm... Ja, jetzt hab ich ein Eisenschwert. Muahaha. Oh. Ja. Ich tue einfach mal hier mit in die Menge schlagen. Was? Oh, wir sind ausgeschieden wegen mir. Wirklich? Wieso? Na, weil ich zu oft getötet wurde oder zum Schluss getötet wurde. Nö, ich bin noch drin. Ja, nee, du bist in einer anderen Gruppe. Verstehst du? Ach so. Ja, egal. Oder weil du auf deine Teamkameraden eingeschlagen hast. Nee, 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 das ist doch so, wenn... wenn... wenn das Team kein Leben hat, dann wird's aus... ausgeschieden. Kann man trotzdem noch checken? Und... und zugucken? Ich weiß es jetzt gar nicht. Nee. Ich hab ne Stiggy Gun. Was kann man damit machen? Nun... Das ist das gar nicht. Das ist ne... Stock, mit dem du schießen kannst. Wie viel hast du jetzt auf einmal gekillt? Oh fuck, das war mein Stiggy Gun. Los, dann mach sie fertig. Kann ich nicht wundern, warum der Server noch auf 1.4.7 ist. Das ist unser FDB-Server. Sollen wir mal ein FDB-LP machen? Dann schreibt es in die Kommentare. So, die Sprache ist auf Deutsch. Na gut, dann werden wir jetzt hier mal eine kurze Pause machen und bis gleich. So, und jetzt sind wir nochmal hier bei, äh, bei dem, äh, Server 4 und wir versuchen uns hier nochmal beim Jump, Jump Run, ja. Ja, ich auch. Äh, ich muss jetzt unbedingt meine Punkte... Trader-Tester, Close Zone, Angleich, Trader. Oh. Wow. So, nee. So, was ist denn das hier für ne Landschaft? Aha, was ist das? Hey, äh, ich hoffe, wir kommen jetzt ins gleiche Team. Ja. Ähm, vote mal für... Ähm, ich guck mal nach. Für was kann man denn jetzt voten? Ähm, Snow World of War Strong World. Ich vote für zwei. Nee, für drei. Ich hab auch gewohntet. Für was? Drei. Ah. Oh, den ersten Sprung schon wieder versaut. So muss man richtig mit Anlaufen voll machen. Oh, schon wieder zu weit drüber hinweg. Alter, ich hab's. Ich bin jetzt, ich bin jetzt durch bis zu den Treppen gehofft. Wow. Einmal. Wow, ja, wow. Okay, ich hab's auch. Ich hab's fast geschafft, ich bin, oh, es geht los. Okay, und Achtung. Hey, ich bin Team Gold. Ähm, ich bin Team... Nee. Ja, Team Gold, du bist auch Team Gold. Geil. Ja, 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 ja. Schnell Kisten suchen. Erstmal jetzt nicht zusammen, erstmal Kisten suchen, dann können wir uns treffen. Ja, ich renne dir gerade hinterher. Okay. Okay, wir treffen uns dann irgendwo. Ja. Langsam gefällt mir der Ultra-Schädermot sogar. Äh, der Ultra, meine ich. Weil es sich so schön an die Lampen, äh, an die Helligkeit anpasst. Okay, jetzt hab ich Pfeile. Oh, ich hab noch gar nichts. Ich find keine Kisten. Jetzt guck ich mal hier drüben nach. Ich hab zwar schon einen Bogen, aber sonst noch nichts. Ich bin hier auf einem übelst großen Haus. Oh. Ich gehe gerade eben mal so einen kleinen Turm hinauf. Ich bin gerade eben auf einem Turm, wo man dann sicher schön wegsnipern kann. Da ist noch einer aus dem Gold-Team. Oh. Ich hab einen Teile bekommen. Äh, geht's los? Es geht schon los. Und jetzt werde ich mal versuchen, nicht so oft zu sterben. Was passiert eigentlich, wenn man keine Punkte mehr hat? Das weiß ich jetzt gar nicht. Schnell. Hoch. Alter. Puh. Vier Herzen noch. Oh, ich hab noch voll. Ich seh dich. Du bist aus so einer Mauer. Ja, da sind überall Treppen. Hier, 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 hier. Ja, ja. Warte, ich komm mal zu dir rüber. Pass auf, da unten. Ich hab jetzt immer Schiss, dass hier einer hochkommt. Achtung. Komm hoch, komm hoch. Ja. Lass ihn hochkommen. Alter, warum hat er mich gekillt? Komm wieder her, komm wieder her. Nee, warte mal, ich bleib hier erstmal kurz. Was ist das? Blue-Team-Lounge. Ich bin immer noch in dem Haus. Na, wo ist das Haus? Da drüben. Oh, fuck, 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 das ist ein Zwerber. Hä, ich bin rausgegeschmissen worden? Oh, da versucht mich an abzuschießen, keine Lusen. Äh, okay, ich wurde rausgeschmissen, irgendwie. Oh, ich wurde schon wieder gekillt. Das gibt's noch nicht. Ich, na gut, es war noch zwei Typen, die auf mich eingeschlagen haben. Ich fände nur Punkte, ey. Naja, äh, ich gehe mal, ne, sporthaftig. Ja, äh, mal gucken, also zur Zeit haben Tim, ich komm, ich komm, ich komm da wieder. Okay. So, dann machen wir das Ding ja mal alleine. Ne, warum kommen die nicht hier alle runter, ey. Das reicht doch, wenn schon einer da ist. So, rennen. Na, ich, geh mal mit dem hier. Zusammen, ach, da ist doch gleich... Na, Steinschwert. Hey. Komm, fang. Achso, das ist ja unten. Ach, ich bin doch dumm. Ach, nee. Na, hallo. Ich werd' verrückt. Hatten der mich schon wieder gekillt? Wie hat denn der mich gerade eben gekillt? Ja? Ja, was? Erwähnst du auch meinen Namen hier im LP? Also, nee. Mein Account, äh, mein YouTube-Kanal. Steht auch unten drunter dann. Ja, ich verlinke ihn. Gut. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mal drauf gehen. Ich lade nicht so viel hoch. Das ist ja gar nicht. Lennart. Ah. Wie ist der Stand der Dinge? Ähm, ich bin noch drin. Durch Zufall. Und, oh, hier liegen so viele Sachen rum, die nehme ich mir erst mal. Und unser Team hat, glaube ich, noch die meisten Leben, wie ich das so in einen Zeitenschein nehme. Das ist schon wieder der Typ, der mich vor uns fast gekillt hatte. So, jetzt habe ich auch wieder 90 Punkte. Ah, das Team Lapis ist durch mich, glaube ich, ausgeschieden. Da habe ich erst mal wieder schön Punkte gekriegt. Hm. Gekriegen? Ja, ich habe sie gekriegen. Hast du nichts gekriegen? Ich wort noch auf Enggold. Oh, verdammt. So, jetzt wieder 85 Punkte. Jetzt halte ich mich erst mal wieder ein bisschen zurück. Team Gold hat noch acht Leben, also jetzt noch sieben Leben, aber immerhin noch die meisten. Wir werden das Ding sicher noch gewinnen. Okay, ich bin jetzt auf der 3 drauf. Okay, ich werde dann gleich nachkommen. Das war. Ja, es stottet eben, oder? Ähm, dann werde ich es mir überlegen. So, komm, Steinschwert. In 46 Sekunden stottet. Die Mann hat nur noch ein Leben, also jetzt muss ich einen Diamanten killen. Und dann wäre das doch alles gelöst. Schnell hier runter. Los, Diamanten weg mit euch. Ein der Creeper. Ja, hallo, scheiße. So, jetzt gehen wir hier mal. Wir müssen nur noch die Typen killen, dann sind, dann haben wir gewonnen. Ja, 18 Sekunden, ich glaube, man schafft es nicht mehr. Acht, sieben. Oh, verdammt. Ähm. Ah, wir haben gewonnen. Mann, ich habe sogar wieder 105 Punkte. Eins. Null. Ähm, ich bin gerade eben auf... Auf dem 4-Server. Willst du auf dem 4-Server kommen? Nee, ich bin jetzt auf 3. Ah, verdammt. Ne, hat gerade gestartet 3. Aber 4 ist gerade... 3 geht... Äh, 4 geht jetzt gleich wieder in Restart-Modus. Wow, hier meine Maus. Äh, mein Scrollrad. Ich bin nämlich bei 4 jetzt gleich drauf, oder? So, los. Und ich bin bei 4. Anzahl der Spieler... Äh, Anzahl der Spieler. Welcome to my war. Ach, da ist der Pädobär. Hallo. Der Pädobär macht immer schön zurück. Ist doch schön toll. Boah, jetzt nochmal richtig schön mit Schwung. Nee, das war jetzt scheiße. Und daneben. Okay, ich bin nicht so gestorben. Du kannst noch joinen bei 4, wenn das gleich mal wieder frei wird. Bei 4? Muss mal gucken. Ich vote erstmal wieder für Sandville. Äh, 4 ist voll. Warte, ich guck, wenn's frei ist. Etwas im Wasser schwimmen. Okay, sag mal, wann? Es geht in 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aber die könnten noch die Funktion vom Spectator hier einbauen, finde ich. Oh, ich bin ein Diamant. Und ich hab schon mal ein Steinschwert, das ist doch gut. Okay, ich bin jetzt auf Dot 2. Okay, dann sag mal, was bei dir los ist. Äh, es hat, äh, so, ich bin noch in diesem hier Startroom. Ach so. Und ich versuch, dieses scheiß Jump Around hier. Oh, ist das dunkel. Ich sollte mal die Helligkeit ein bisschen hochstellen. Da hinten war doch eine Kiste. Da, wo sind wir jetzt immer ein paar Kisten. Da. Da. So, Rüstung. Also, ich hab 190 Punkte und du? 105. Ich hatte immerhin schon mal für einen Zeitpunkt 75 in der letzten Aufnahme. Ich meine, in der letzten... Ja. Nimm's dir immer noch auf. Ja. Oh, wir schlagen hier erstmal auf einen Haufen und ich bin tot. Also, welches Team bin ich nochmal? Ach, ich bin Diamant, oder? Ja. Ich bin Team Lapis. Oh. Team Lapis? Team Diamant. Du bist so ein Lapis. Ich bin angepisst. Ja, das sind sie alle. Hanni ist einer von uns. Bei dem Mondschein sieht man kaum noch was. Okay, ich kämpfe jetzt hier wieder an meiner Lieblingsstelle. Und welchen ist das Haus? Und ich bin ja, an dem Haus, ich bin komplett runtergeflogen. Ach. Ach, 18 Sekunden noch. Fakt, 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 Fakt. Das ist einer von uns. Und du? Äh, ich hab 100 Punkte. Und du? Und du? Und du? Und du? Ich hab 100 Punkte. Und du? Okay, 3, 2, 1. Wir kämpfen hier gerade eben ein bisschen. Und du? Und du? Und du? Alles gekommen. Drüben schießen die mit Pfeilen. Wow. Ah, Pfeil. Die schießen uns schön mit Pfeilen ab. Kann man schon einsacken? So, jetzt hab ich auch Pfeil und Bogen. Ist das einer von uns? Was? Ja klar. Ja klar. Ich versteh schon. Au. No. Oh, ich hab jetzt in der Rüstung von dem eingesackt, der gestorben ist. Ha. Gekillt. Was willst denn du hier? Was ich will, fragst du? Nee, den Creeper. So. No, ja. Was du willst. Was ich will, fragst. Du? Ja. Was willst du? Das ist meine Frage. Das möchtest du lieber nicht, wie es. Gut zu wissen. Dann werde ich dich niemals danach fragen. Los, du Lapisser. Au. Oh. Nein. Stirb. Das wär jetzt. Tja. Oh, ich hab sogar nur mein, ich hab sogar nur mein Dingsschwert benutzt. Ich hab sogar nur mein, äh, Goldschwert benutzt und nicht mein Steinschwert, weil ich das gerade eben falsch ausgewählt hab. Trotzdem hab ich den Typen gekillt. Supi. Ich schau mal kurz ab, weil ich hab nicht die volle Lebensanzahl. Und guck mal hier drüben weiter. Ich hab jetzt 115 Punkte. Mal gucken. Mann, die Folge wird jetzt aber auch etwas länger. Team Lapis ist schon mal ausgeschieden. Das ist doch gut. Jetzt ist es nur noch Team Gold und Diamant. Schon wieder der Typ. Jetzt wurde der Skype-Anruf gerade eben aufgelegt. Nein. Was, Diamant hat doch nur noch zwei Leben? Oh mein Gott. Oh, es gibt ein Problem mit diesem Anruf, deswegen ist Toni gerade eben nicht zu hören. Jemand spürt, nein. Ähm, na, wo gehen wir jetzt hin? Also wie viel Leben haben wir noch? Team Gold, was? Wieso hat Team Gold noch 14 Leben? Ach, weil das alles wohl diese Camper sind. Ja, toll, unser Team hat nur noch ein Leben. Ich glaub's. Es hakt. Komm, wir sind jetzt schön. Wir sind wegen Black Fortuna ausgeschieden. Aha. Na, der Ton ist auf den Gang. Na gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Und damit sag ich erstmal tschüssi, Leute. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über ein Like freuen. Und dann bis morgen. Schaui. Ja. Ja.